So total absurd, dass ihre Anlage hier so beschissen sichern, dass die Kanäle, das sind einfach nur diese Lamellen und so ein Kaninchen-Draht, sag ich mal. Ja, so ein Kaninchen-Draht, würde ich sagen. Und wer sichert seine Tunnel denn so, wenn draußen überall irgendwelche Monster rumwerfen? Total bescheuert. Ich würde das Rohr da mit Stacheldraht zukloppen bis zum Gehtnichtmehr und gut ist. Huch, du hast ja schon ein Freund. Das ist natürlich die Frage, ob man so viel Stacheldraht hat, aber wie sind sie in Russland? Ich glaube, nach Deutschland haben die wohl den meisten Stacheldraht. Guter deutscher Stacheldraht. Schnauze da hinten. Aber wenigstens habe ich jetzt bei meinem vorherigen Anspielen schon mal so ein bisschen das Zielen und so weiter gerübt. Alter, bin ich ja immer ein bisschen langsam, sag ich mal. Alter. Die killen die schneller als ich das kann. Das sind wohl die Schweinesoldaten. Ich finde die sehr witzig. Was ist das Monster da im Prolog? Sie waren ja noch einigermaßen, naja, monstermäßig, ne? Nichts Besonderes halt. Alter, Arschloch, gehst du aber weg. Oh, bist du tot? Oh, die sehen einfach aus wie Schweinesoldaten. Artym, bist du okay? Ja, ja, klar bin ich, okay. Natürlich. Er ist eine totes Schuss, das ist eine totes Schuss. Danke. Du bist auch Unkraut. Du bist nicht so, dass du siehst. Das ist eine totes Schuss. Nur die normalen Tunnel-Tunnel-Trash. Selbst wenn du sie nicht sehen, die Schuss sind da. Die Schuss sind da. Das ist das Schuss. Das ist ihre Weapon. Das ist das, was die New Solacern durch die Tunnel-Tunnel wie Rats. Die Schuss sind nicht einfach mutants. Sie sind Homo Novis, die nächste Schritt in Evolution. Du hörst über die Überzeugung der Fittesten? Was? Wir haben uns verloren. Was ist passiert, Alex? Du kannst du wie die Lämmen nach der Slautern. Ich werde mit dem Leben auf die Knie und Knie. Und ich werde mehr als ein paar von deinen Homo Novus mit mir nach Halt. Du denkst du bist ein bisschen altes Schuss? Du hast einen Blick, Hunter. Ten Soldaten, trainiert in der Kampf. Der Körper ist broken. Der Mind ist weg. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Der hat das perfekte, erschreckte Gesicht. Nieum. Wo ez nie eh' la? Oh, das ist schwer, was passiert da draußen, außer deinem Perimeter. Ich muss die Situation rechnen. Listen carefully, Atyom. If I'm not back here by morning, you must get to Polis Station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me, and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller, so he knows I've sent you. I trust everything to you, Atyom. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminate it. Understand? Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis. But I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards. I signed on for the right. And finally, take your time as usual, eh? Okay, grab your gear, go to the platform, they are waiting for us. I'll meet you there. Hey, Atyom. Don't forget anything, eh? Have you enjoyed it? Fuck. Girl, good or AT L. My word. So, I got the power back. Ah, 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 ha, ja, genau. Das ist die Währung, also quasi Kugeln. And that's is the cool journal with the called compass. Oh, yeah, I stand totally on that compass. How was that? Ah, huh, journal is that. Entschuldigung Arthur, dieser Teil der Station ist unter temporärem Lockdown. Nur die Hörer können durchgehen. Sie haben etwas schöne Musik. Woher haben wir das? Ich habe kein Schiff! Warum kannst du es nicht mehr drin machen? Ich muss nicht, dass du dich wegwecken, weil du nicht gut bist. Sie war nicht mit dem Haus. Komm her. Dettet überall. Nur Dettet. Die Leute sind verflussend, du kennst? Lieder, die Leute immer wieder in die Kuppe, die Leute immer wieder auftreten. Wenn du sie nicht mehr zur Verfügung hast... Okay, mach ich das mal. Ich zeig hier gleich mal Dirt. In Minecraft. Hier vorne gab's Waffen. Ah, ja, war so. Genau. Na, da hab ich wahrscheinlich nicht genug Geld, oder ich hab sogar sicher nicht genug Geld. Ja, das ist nicht. Ja, so ein Ding hier. Ach, das ist so eine halbautomatische Schraubfilme. Okay. Ich hätte super gerne eine schallgedämpfte Pistole, oder so. Das wäre genau das Richtige. Da kann man so ein bisschen sneaky machen. Nicht so ein Krach. Hallo. Wie? Ach so, ich kann quasi Kugeln gegen Kugeln tauschen. Ich stehe. Du bist willkommen. Ich bleib erstmal bei meinem Witzigen. Was ich nicht hab, also ich hab nichts. Und hier gibt's was. Na? Ja. Du brauchst einige Waffen? Okay, lass uns mal schauen. Submaschine-Gun. 5.45 Kaliber. Fertig in der Armour. Es hat schlechte Akküranz und überhebt wie hell. Das ist, warum sie es eine Bester-Gun. Hehehehe. Hehehehe. Ich find die Scheiße. Habe ich mir noch nicht verstanden. Habe ich mir noch nicht verstanden. Dann fühlst du dich frei, deine Wehbe auf meiner Führungsränge zu versuchen. Ach ja, mach ich auch mal. Und dann, du versuchst es. Nicht zu viel, okay? Kostet mich das jetzt Munition? Hä? Wie, ich hab nichts nachgeladen? Ist ja ne Logik. Okay, gehen wir mal. Der hat einen coolen Helm. Sollen hätte ich auch gern. Obwohl, ich weiß gar nicht, vielleicht hab ich so einen coolen Helm hier auf. Anscheinend ja nicht, weil ich ja ne Gasmaske aufsetzen kann. Wie hätte man das? Der da hinten macht seine Party? Ach so, hier war der, 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 der Dull-Lub Kugeltauscher. Und, boah, was mach ich hier eigentlich? So. Und der, der sieht doch nicht ganz, gesund aus. Hey, geht's dir gut. Hehehehe. Hehehehe. Hey, wie geht's dir, Artils? Ah, hey, es ist hier der Rockstar. Hey, Artils! Wie geht es mit dem Piglet? Okay, dann findest du das, ich muss sagen. Schöne Schweine haben wir hier. Ja. Ich will zur Caravan. Ja, da ist sie auch. Ah, der Kran-Typ, der ist ja cool. Äh, ja klar. Keine weiteren Fragen, ne? Das ist fertig. Jo, lass losfahren. Cool Kran haben die. Und du, Eugene, mach diesen. Hat jemand was vergessen? So, hast du deine Fahrzeuge? Lass uns gehen. Hey Leute, gehen wir in Riga? Ja, wir sind. Kann ich einen Lauf? Natürlich, aber keine Freerfahrzeuge. Ich werde manchmal den Laufern ziehen. Ha, ich kann das tun. Lass uns gehen. Okay, dann. Glückwunsch zu allen, die zu Hause bleiben. Und zu uns auch. Lass uns gehen. Glückwunsch zu uns. Also, seid ihr bereit, endlich zu irgendwoher zu sein? Oh, oh! Artur, ja! Freie am Ende, ja? Na ja? Na ja, für so lange, wie es die Reise dauert. Es sollte Spaß machen. Sehr gefährlich. Auch besser, oder? Warum ist das Bild jetzt weg? Ach ja. Komischer Ladebildschirm. Die Ladebildschirme verstehe ich so überhaupt gar nicht. Die gehen wirklich nur... Lassen wir es mal labern. Es hat mich verletzt, dass ich nicht meinem Bein Vater die Wahrheit gesagt hätte. Ich würde nicht direkt zurück aus Riga gehen. Aber Hunter war auf mich. Nur wegen diesem bisschen gequatscht hier. Das hätte ich mir dann aber auch gespart. Aber das bringt dann jedes Mal wieder irgendwie aus dem Spiel raus. Das ist irgendwie ein bisschen doof gemacht. Diese zwei Sekunden... Weiß ich nicht. Da hätte man einfach... Irgendeine Zwischensequenz kurz überschwenken können. Zwei Sekunden lang, zack! Ne, ist eben eine. Aber... Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Bisschen blöd. So, woher sind Sie? Riga. Ich mache die Räume. Ich kaufe Merchandise. Ich hoffe, Sie haben dann ein paar Plätze gesehen. Ja, der Markt ist neben dem Riga. Und das ist eine große Metro-Metro schon. Ich habe immer regelmäßig geholfen für die Polizei. Aber es gibt dort jetzt viel Glück. Das ist von Hansa. Warum? Hansa verbindet sich mit der ganzen Metro-Metro. Und hat viele Stationen. Aber es hat nicht geholfenen. Und wenn es nicht Hansa ist, dann müssen Sie über die Reds, die Nazis, oder Ihre regularer Bandits. Und diese Leute sind wirklich auf die Zeit. Wenn sie nicht gegen alle anderen, woher sind. Ja, so habe ich eine Taschenlampe. Cool. Das beste, was ich in Europa gesehen habe. Das fällt mir. Aus dem Weg. Du dummasses! Sehr witzig. Ich blende dich mal ein bisschen. Na los! Mach die Schatten hoch! Na los! Na los! Auf der anderen Seite! Es ist ein normales Pummel. Nicht so gut geklappt, vielleicht. Ich ging über den letzten Monat und wohl... Ich mag es einfach einfach nicht. Das ist das all. Ne, der ist wirklich nicht gut beleuchtet. Wofür kann ich schon mal das sagen? Nääää? Die sind mir alle nicht geheuer. Die wirken alle, als ob sie einen an der Waffe haben. Wir fahren eine Handfahrt mit unseren Armen. Also ich denke, wir werden es da okay machen. Ha, sieht ziemlich geil aus. Also hat auf jeden Fall Atmosphäre. Ah, verdammt, dass meine Haare kreiert. Wenn du die Hälfte aufbauen, dann kommen wir da schneller. Okay, Eugene, wenn du die Männer helfen kannst, wir müssen hier schneller gehen. Du schaust die Backen, Artyom. Geh, geh, geh! Das ist so, wir werden sie schneller bekommen. Jetzt müssen wir hier schneller ausbauen. Es ist schade, wenn sie umgekehrt sind. Und ich schaue sie. Sie? Wer, wer, wer denn? Kannst du sie hören, Rieb? Was bedeutet du, sie? Was sprachst du da? Was... was ist da passiert, Waddu? Alles ist gut. Wieso pumpt sie nicht weiter? W-Waddu? Hey, w-w-was ist mit mir passiert? Huh? Huh? Uah... Mauerode... Mein Kopf... Ist du... Was ist das? Oh nein, das Licht! Es kommt immer näher! Und jetzt passiert irgendwas. Es ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Artyom! Over here! Wenn wir überleben müssen, diese Gefahr muss eliminiert werden. Nicht egal ob der Kosten. Eliminiert. Und dann kommt E.T., der Außerirdische. Der ihn mit Telepathie wegstößt. Warum auch nicht? Alter, dieses Fiepen. Das geht auf die Ohren, ey. Aha, ich bin ihm wohl nicht gut genug, wa? Alter! Und tot. Dabei war der doch so nett zu mir. W-Wenn wir jetzt bitte wieder zurück in die Realität? Kommen wir jetzt bitte wieder zurück in die Realität? Okay. Juhu! Alle sind bewustlos! Außer ich natürlich. Oi... Was zur Hölle ist passiert? Warte auf, Leute! Warte auf, um Christus! Was ist... Was ist denn los? Das ist nicht gut! Oh Gott! Schieße sie! Du schieße sie! Ich nehme die Ladder! Komm her! Ich schieße lieber erst, wenn es nur die ist. Hilfe! Direkt in sein Face! Ich muss erst mal nachladen. Oh, shit, shit, shit! Schweinen Soldaten, Sabber! Tschüss! Arjun, mach meinen Schotgun! Hier! Na, wie du willst. Oh, tschüss! Ja, auf mich anzusabbern! Alter! Hast du wohl auf Zwisterbahn? Ist ja ekelig. Was sind wir denn hier? Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo der andere tut, Penis. Alter! Was ist du denn hier? Ja, ja. Pump mal lieber ein bisschen schneller. Tschüss! Tschüss! Oh, was? Der ist ja voll abgegangen. Tschüss! Unverschämt. Wo kommt die überhaupt immer her von oben? Tschüss! Die sind aber auch selten hässlich. Just a little bit left! Come on! Ah! 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 Ah!